Hallo, wir sind Janis Höber und Richard Vils von Lohenbarn. Wir möchten euch unser neues Buch. Wir möchten euch unser neues Buch. Alles ist zum Trommeln da, Rhythmus und Trommelspiele mit Alltagsgegenständen für 6- bis 10-Jährige vorstellen. Auf, los geht's los! Auf, los geht's los! Auf, los geht's los! Und los! In dem Buch Alles ist zum Trommeln da findet ihr unter anderem zahlreiche Rhythmuskleinigkeiten. Wir sind klasse, wie wir sind, yo! Wir sind klasse, wie wir sind, yo! Abwechslungsreiche Spielstücke für selbstgebaute Instrumente. Ein Krokodil hat ein Maul. Ein Krokodil ist nicht faul. So klappert es den ganzen Tag, weil es dieses Klappern mag. Einfache Kanons. Groß, klein, klein, groß. Was ist hier los? Groß, klein, klein, groß. Klein, groß. Was ist hier los? Hier, los. Lustige Kreisspiele. Das ist mein Platz. Das ist dein Platz. Mein Platz. Dein Platz. Weiter ratzfatz. Sowie effektvolle Aufführungsstücke. Montag. Dienstag. Mittwoch. Getrommelt wird die ganze Woche. Donnerstag. Freitag. Samstag. Sonntag. Ruhetag. Wie ihr seht, alles ist zum Trommeln da. Ist doch klar. Wie ihr seht, alles ist zum Trommeln.